Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 497. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter, die Frau Alex. Moschö. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Und vielleicht kommt gleich auch noch der Marvin dazu. Der geht aber noch einer offiziellen Erwerbstätigkeit nach, bevor er hier zu dieser kleinen Plauschrunde kommt, wenn wir hier über Fußball sprechen. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte. Vielleicht passiert das, weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nicht genug spendet. Nein, Scherz. Ihr unterstützt uns hier ganz großartig und das finden wir super toll. Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht nur erwähnen, dass es Menschen gibt, die uns finanziell unterstützen, sondern auch einfach viele Menschen gibt, die nach den Folgen fleißig kommentieren und mit uns in Austausch gehen und uns wertvolle Hinweise geben, wenn wir irgendwo was nicht korrekt gesagt haben. Und die auch nach einer der letzten Folgen, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne Frau Alex öfters dabei, sehr viele positive Kommentare geschrieben haben, dass das immer schön ist, wenn Frau Alex dabei ist. Was ja heute auch wieder der Fall ist. Von daher erwarte ich, dass das mindestens genauso diesmal wieder stattfindet. Alles eine Frage des Preises. Alles eine Frage des Preises. Und den Preis für diese Woche haben bezahlt der André und die Angelika. Die haben uns nämlich mit kleinen Sonderspenden unterstützt und tragen damit dazu bei, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht sprechen können. Vielleicht nicht so sehr in dieser verlängerten Winterpause, aber zumindestens heute wollen wir das mal noch tun. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen mögt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten über Bankkonto, Paypal, whatever. Aber auch jetzt nach vorne blickend, wenn jetzt hier irgendwelche Black Friday, Cyber Monday, weiß ich nicht, Baumarkt, Sonntag oder irgendwas kommt. Keine Ahnung, was da alles irgendwie im Raum steht. Da haben wir auch so einen Amazon-Affiliate-Link. Also falls ihr vorhabt, sowieso was bei Amazon zu shoppen, dann könnt ihr das über den Link tun. Zahlt nicht mehr. Bei uns bleibt am Ende ein bisschen was hängen. Und wenn ihr das nicht macht, umso besser, dann unterstützt die lokalen Läden direkt mit Geld, wenn ihr da was kauft. Das ist wahrscheinlich sowieso im Zweifelsfall irgendwie besser. So, wir unterstützen jetzt aber die Eintracht, indem wir über sie reden. Und die letzte Woche dieser HIN-Serie ist ja eine ganz besondere, wenn man mal drauf guckt, wen wir da so als Gegner haben. Augsburg, Hoffenheim und Mainz. Also ganz ehrlich, wenn ich aus so einer Champions-League-Runde komme und weiß, am Montag ist hier, oder gestern war vor dem Spiel gegen Augsburg, war am Montag oder kommender Montag, dann habe ich da wahrscheinlich irgendwie wenig Bock auf diese Woche. Erst recht nicht, wenn du dir nach 35 Sekunden gegen Augsburg so ein Flipper-Tor irgendwie fängst und dann einfach blöd in der Abwehr stehst. Also wenn ich Profi geworden wäre, ich hätte an der Stelle irgendwie meine Kippen eingepackt und hätte gesagt, alles klar, wir hören hier auf, ich fahre wieder heim. Dennis, was hättest du denn gemacht? Ich hätte mir sogar als Fan auch gedacht. Aber wenn die Alex doch heute schon mal da ist, dann wollen wir auch die Alex als Eintracht sein. Ja, dann Alex sein. Ich war auf dem 77. Geburtstag von meinem Vater, habe am Kaffeetisch gesessen und gucke auf die Uhr und wollte mir gerade die Uhrzeit geben und mir denken, okay, mal gucken, wann ich rüber zum Fernsehen muss, um die Eintracht zu gucken und in dem Moment kommt schon die Flash-Score-Meldung, dass es 0-1 steht. Und da habe ich mir schon gedacht, Alter, wollt ihr mir denn auf den Sack gehen? Hast dich hingesetzt und hast noch ein Herrengedeck bestellt, ne? Da habe ich erst mal ein Käffchen eingeschüttet und mir gedacht, ey, ihr könnt mich mal im Arsch lecken. Da hatte ich schon wieder genug. Ja, mach noch einen Schuss rein, das wird heute nicht mal besser. Junge, Junge, aber das war ja, also keine Ahnung, ich bin ja euphorisch in das ganze Ding reingegangen und habe mir gedacht, geil, jetzt hier Achtelfinale erreicht, Augsburg kann kommen, das passiert uns jetzt alles nicht mehr, so wie letztes Jahr in der Euroleague, wo wir immer geile Nächte hatten und dann in der Bundesliga verkackt haben. Die Mannschaft ist reifer geworden und so läuft jetzt alles nicht mehr und es dauert einfach 35 Sekunden, bis die Eintracht mir sagt, so Alex, in your face, wir können es doch. Ja, wir sind und bleiben die Diva, also ähnlicher Gedanke, ich habe auch gedacht, so ja, okay, was machst du jetzt mit dem angebrochenen Samstag? Aber Gott sei Dank habe ich den Kaffee Kaffee sein lassen und auch den guten gedeckten Apfelkuchen von der Mutti stehen lassen und habe mich trotzdem vor den Fernseher gesetzt. Aber den kann man doch mitnehmen zum Fernseher. Denn es wurde ja besser. Ja, es wurde definitiv besser, also direkt danach, direkt die Eintracht durchaus schon mit deutlich mehr Ballkontrolle und hat versucht, da so ein bisschen ihren Stiefel runterzuspielen. Und das ist ganz klar die Weiterentwicklung dieser Eintracht-Mannschaft und dem Drumherum, dass man sagt, okay, dann ist halt jetzt so, aber wir halten halt trotzdem an unserem System und unserer Einstellung fest. Und wir versuchen das jetzt hier ganz strukturiert weiterzuführen, obwohl Augsburg ja immer wieder mit Pressing-Aktionen agiert hat und die Eintracht dann gesagt hat, ja gut, dann machen wir halt Konter. Und so ist ja dann letztendlich auch das 1 zu 1 dann entstanden. Götze mit dem vorletzten Pass und da hast du halt auch wieder gesehen, was der Typ halt einfach für eine Erfahrung hat. Also auch da wieder, wenn ich Profi geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich das Ding einfach blindlings irgendwie nach vorne, aber der macht halt den Schritt zurück und nimmt so ein bisschen das Tempo raus, weil er ganz genau weiß, irgendeiner läuft jetzt da vorne rein, in dem Fall Ibimbe. Und der sieht halt quasi, dass ein Rode da reinläuft und ein Lindström lässt das Ding durch und dann hemmert der das Ding da rein. Also ausgerechnet ein Rode, der ja dann auch wahrscheinlich jetzt auch eher tendenziell das Spiel ausgesetzt hätte, aber dadurch, dass Kamada ja leicht angeschlagen war, dürfte Rode von Anfang an da ran. Also gerade auch für ihn habe ich mich sehr gefreut, dass er dann da dieses Tor einfach auch macht. Wahnsinnig wichtig auch für das, wie er sich jetzt belohnt hat, nachdem er ja in der Champions League so genial aufgetrumpft hat. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen tatsächlich und wir haben ja auch zum Glück noch eine weitere Runde. Also ich werde mich irgendwann dran gewöhnen. Aber jetzt muss man wirklich sagen, ihr habt es angesprochen, dieser Anfangsstart, der ja wirklich einfach nur ein Schlag ins Gesicht war. Klar, war auch relativ stark fertig gespielt von Augsburg, aber dann diesen Ball da durchzulassen, das war so dieses Kollektivversagen. Jakic verliert schon, dann Endika sieht irgendwie unglücklich aus, Tuta ist auch noch nicht so richtig im Spiel. Das heißt, du kannst eigentlich die drei Spieler hinten benennen in der Abwehr und alle drei haben auf ihre Art und Weise nicht das gebracht, was sie sollen. Dann haben wir natürlich diesen krassen Gegenschlag wieder. Das ist halt die Eintracht, wie sie jetzt Gott sei Dank gereift ist. Und das ist ja wirklich, wenn wir hier von der Diva sprechen, natürlich so ein blödes Tor. Und das darf nicht passieren, dass du nach 35 Sekunden das 1-0 so dämlich fängst. Und trotzdem dieses starke Auftrumpfen und dann wirklich das spielerisch so zu Ende zu spielen. Und Leute, Dina Ibimbe, was der Kerl auch, aber doch trotzdem dann auch dieses Auge. Wie du siehst ja, ich habe mir vorhin noch mal die Wiederholung angeschaut gehabt, dass er auch diesen Laufweg von Rode, der ja gefühlt, glaube ich, von der Mittlinie startet und da durchläuft. Und er diesen Weg dann wirklich entsprechend von Ibimbe noch vorbereitet bekommt, um ihn einfach nur noch einschieben zu müssen. Klar, er drischt da auch schön rein, aber das ist ja wirklich dann nur noch Formsache. Trotzdem geil, finde ich total stark und ich bin total happy, dass die Eintracht diese Schritte gegangen ist. Und ja, dementsprechend, es ging ja auch im weiteren Verlauf relativ positiv für die Eintracht. Nochmal ganz kurz zu dem Rode-Lauf. Ich glaube sogar, dass das eine Variante ist, die Klaasner will, dass das genauso gemacht wird. Weil es gibt auch zwei, drei Tore, die halt Kamada exakt in der gleichen Variante gemacht hat, wo er einfach da unbemerkt im Rückraum in den 16er rein sprintet und da als Anspielstation dann quasi agieren soll. Der hat ja auch zwei von diesen Toren gemacht. Aber klar, in dem Moment einfach super wichtig und einfach auch die immense Weiterentwicklung der Mannschaft nach, wie gesagt, so einer Champions-League-Entscheidung und dann jetzt einfach in die letzte von weiß ich gar nicht wie vielen Milliarden englischen Wochen gegen den Gegner dann da weiterhin an ihrem Spiel und an ihrer Taktik irgendwie festzuhalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der liebe Marvin, der jetzt mittlerweile in der Leitung ist, mir da zustimmt. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall ausnahmsweise mal zu. Ausnahmsweise, na, vielen Dank. Grüße, Grüße, ja. Ist krass, die Entwicklung von Ibimbe, ihr habt sie eben illustriert, das ist herausragend, das hat wunderbar funktioniert. Gegen Augsburg auch die, wie kann man das fast sagen, Flügelzange, ja, mit unserem Randal Kolomorani. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, ja. Und er hatte ja dann auch, im weiteren Verlauf hatte Ibimbe ja auch noch Möglichkeiten, da gab es ja noch die eine Szene, wo er dann auch irgendwie ganz knapp das Ding verpasst und dann da quasi eher im Tor liegt, aber der Ball nicht. Also er hätte ja auch noch weitere Chancen gehabt, selbst auch noch Treffer zu machen. Also der war an dem Tag halt richtig unterwegs. Aber Alex, du wolltest was sagen. Ja, was du gerade eben gesagt hast mit den nachrückenden Sechsern, hat Rode auch nochmal abends im aktuellen Sportstudio gesagt, wo er gesagt hat, ja, das ist halt in diesem Jahr deutlich besser möglich, weil durch das Dreieck mit, je nachdem, Götze, Linström, Mwani oder eben auch Kamada vorne, weil die auch so gut mit nach hinten arbeiten, dass man als Sechser viel leichter nachrücken kann. Und das, wie du gesagt hast, genau, das ist, was Glasner sehen möchte und dass es halt in diesem Jahr einfach viel leichter ist, weil die Offensive auch besser mit eingebunden ist und besser mitarbeitet. Ja, okay, gut, sehr gut. Hat das jemand gesehen, aktuelle Sportstudio-Interview mit Rode? Nein, ich hätte es mir ganz gerne angeguckt, aber irgendwie, nee, irgendwie keine Ahnung, ich bin nicht mehr in diesem Alter gefühlt. Ja, aktuelle Sportstudio mit Rode würde ich mir immer gerne angucken, weil normalerweise, der kann ja auch reden, das können ja viele Leute nicht, die heute im Fußballbetrieb sind. Insofern ist es grundsätzlich schon interessant, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich auch viel Positives gehört. Und wenn du das jetzt schon in Gänze so beschreibst, scheint es ja auch taktisch ein bisschen weitergegangen zu sein. Genau, also er hat versucht, ein gutes, was Gutes draus zu machen, aber ja, war halt auch eigentlich eine armselige Vorstellung am Ende des Tages, weil die Fragen, die da gestellt wurden, einfach, also entweder war die Beschreibung der Frage schon so oder die Frage zielte direkt darauf ab, in welchem schlechtem Zustand sein Körper ist. Also jede Frage fing damit an, naja, sie sind ja eigentlich eher der Mann für nur 60 Minuten und ich habe jetzt hier mal eine Liste aller Verletzungen, die sie in der letzten Zeit haben und trotz ihrer 44 Verletzungen haben sie jetzt trotzdem heute das Tor gemacht und trotz, dass sie nur 60 Minuten maximal spielen können und welches Körperteil tut ihnen denn nicht weh? Also eigentlich ging es nur darum, auch wenn manchmal positive Sachen gesagt wurden, die waren aber alle in einem Satz verpackt, der wieder darauf rauslief, wie schlecht eigentlich sein Körper ist. Ja, fürchterlich. Aber genau, deswegen hat man da gar nicht so viel verpasst. Rode hat, ja, eigentlich, ich denke, was Gutes versucht draus zu machen, aber es sollte man oder muss man sich jetzt nicht unbedingt aus der Mediathek holen. Okay, alles klar. Naja, aber es ist schon interessant. Ich meine, wir reden hier über Rode. Klar, man kann immer darüber sprechen, dass er vielleicht nicht mehr 90 Minuten im Einsatz sein kann, aber die Art und Weise, wie er es schafft, mittlerweile erneut in dem Alter auch seiner, man muss es tatsächlich sagen, seinen Stempel dem Spiel aufzudrücken ist unfassbar. Erinnern wir uns, als er zurückgekommen ist und wir gedacht haben, ja, das ist ein ganz guter Transfer, das kostet nicht wirklich viel Geld, aber kann er noch mal irgendwie an dieses Leistungsmaximum, was wir damals ja von ihm erwartet haben, beziehungsweise auch gesehen haben, mit Pimin Schwegler zusammen, kann er da irgendwie rankommen? De facto erleben wir gerade, vielleicht nicht für 90 Minuten, aber für roundabout 60 bis 70 Minuten den besten Rode, den wir jemals bei der Eintracht gesehen haben. Und das ist eine Qualität. Ja, und ich wollte gerade sagen, ist das nicht dann eigentlich auch das? Also ganz ehrlich, ich habe lieber einen Spieler, der einfach sagt, okay, es reicht halt nicht mehr für 90 Minuten, aber dann haue ich mich halt einfach 60 Minuten richtig rein und plus Ausstrahlung und irgendwie auch dann Organisation auf dem Feld, die Mannschaft da in die richtige Linie zu bringen, anstatt irgendeinen, der zwar irgendwie für, weiß ich nicht, 140 Minuten irgendwie übers Feld rennen kann, aber halt auch irgendwie nichts auf die Kette kriegt am Ende des Tages. Das Ding ist, ja, ich stimme dir zu, aber es kommt natürlich darauf drauf an, was nachkommt. Und aktuell funktioniert das. Und das ist das Richtige. Ja, das ist richtig. Du kannst natürlich sagen, du hast einen Top-A-Spieler, Elite-Klasse fast, der 65 Minuten vielleicht gehen kann. Und dann musst du aber jemanden reinbringen, der ja auch in der Lage ist, die Form einigermaßen zu halten oder dem ganzen Spiel nochmal eine neue Wendung zu geben. Und das schaffen wir aktuell. Und genau dieses Zusammenspiel ist gerade das, was es so gut macht. Weil du überlegst dir, wir hatten ja öfter mal so, wo wir drei, vier Spiele hatten, von denen wir gesagt haben, die sind so geil. Aber wenn dann jemand von der Bank ins Spiel kommt, dann wird es bedeutend schwerer. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und das ist natürlich eine Qualität. Das liegt aber auch daran, dass wir so wirklich multifunktionale Spieler haben. Also wenn du dir anguckst, auf welchen Positionen Jakic unterwegs ist oder auch Kamada. Also der spielt sowohl auf den Außen als auch auf der Zehn, auf der Acht, auf der Sechs. Und da kannst du halt so viel Variabilität mit reinbringen, dass du halt deine Qualität auch über die gesamte Achse irgendwo verteilen kannst. Also Rode fällt auf der Sechs aus, dann ziehst du halt Kamada von der Zehn runter, bringst jemand vorne Offensiven mit rein, weil du weißt, dass er ihn mittlerweile hinten gleichwertig ersetzt oder auch umgekehrt. Also richtig, richtig geil. Wie er jetzt bei Augsburg auch gesehen, dann Smolcic rein, Jakic nach vorne. Das ist, wie du sagst, also hast du im Endeffekt hier sehr viel Variabilität drin. Das ist wirklich eine schöne Sache. Trotzdem ist das natürlich wieder das Thema, was ja auch viele ansprechen, ist diese Positionsfremdheit wirklich dann optimal besetzt? Sicherlich nicht, aber wir lösen es momentan einfach im Kollektiv sehr gut. Ich wollte gerade sagen, also das kommt dann halt auch immer drauf an, was hast du halt einfach für Rahmenbedingungen, wenn du das, wie wir es jetzt zum Glück haben, so ist, dass du dann halt einfach das im Kollektiv lösen kannst, dass du die Offensiven hast, die mit nach hinten arbeiten, dann kannst du das halt irgendwie in einer Art und Weise kompensieren. Und ja, nur weil jemand positionsfremd ist, heißt das ja nicht, dass er nicht die Anlagen für diese Position irgendwie mitbringt. Jetzt bleiben wir doch mal bei einem Ebimbe. Natürlich ist das Rechtsaußen oder dieser Flügelverteidiger, Schienenspieler ist jetzt vielleicht nicht seine Position, aber er hat Körper, er hat Geschwindigkeit, er kann flanken. Also klar ist das nicht seine angestammte Position, aber wenn er doch die Eigenschaften dafür mitspringt, warum soll er es denn da nicht spielen? Verstehe ich nicht. Also funktioniert ja in dem Falle dann auch sehr gut. Und das finde ich ist dann halt wieder auch die Stärke bei Klaasner und das darf man glaube ich auch nicht zu wenig loben. Auf jeden Fall. Dass er da derjenige ist, der halt einfach auch sagt so, okay, klar könnte ich jetzt einfach ganz stumpf sagen, das ist ein Spieler, der spielt halt immer irgendwie auf der 6 maximal, auf der 8, den kann ich nicht woanders einsetzen, aber er sagt so, nee, guck mal, du kannst das, du bringst die Fähigkeiten mit, ich glaube dran, wir probieren das jetzt mal aus. Und das ist halt einfach der große Vorteil und ein Klaasner macht das dann halt einfach und ist dann halt auch bereit zu sagen, ja, ich hätte gern vierere Kette gespielt, aber ja, funktioniert nicht, dafür habe ich andere Stärken in der Mannschaft und dann baue ich halt ein System um die Spieler und ihre Stärken drumherum, was dann halt am Ende des Tages auch funktioniert. Und das ist das, was einen guten von einem schlechten Trainer meiner Meinung nach unterscheidet. Ja, es ist definitiv so und es ist aber auch ein Lernprozess. Also ich glaube, wir haben jetzt in der letzten Zeit bei Glasmann nochmal einen Lernprozess gesehen, beziehungsweise mit der Mannschaft zusammen, das muss auch alles zusammenwachsen, aber man hat jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt doch wieder die Dreierkette und wir gehen jetzt nicht auf die Viererkette zurück. Das sind alles so Dinge, die jetzt in der aktuellen Zusammensetzung dann auch ganz gut funktionieren. Klar haben wir mal auf den Außen vielleicht ein paar Schwächen, wobei rechts Ebimbe, wie wunderbar das jetzt funktioniert. Ja, Pellegrini kann man geteilter Meinung sein. Ich habe aber da trotzdem immer noch gut, bin ja guter Hoffnung. Aber im Grunde ist das, wie das dann funktioniert und wie dann aber auch ein Glasner immer wieder umstellt oder gleichzeitig aber jetzt auch sagt, okay, die paar Spiele rocken wir jetzt noch gemeinsam durch. Da wächst dann gerade vieles zusammen und der Erfolg gibt mir den ganzen Rechte. Und ich glaube auch, wir kennen natürlich diese Dynamik, die die Eintracht immer wieder hat. Wenn dann der Laden mal läuft, ja, dann ist dieses Selbstvertrauen auch da und kann individuelle Schwächen dann vielleicht auch wegmünzen oder beziehungsweise wettmachen. Und das ist halt, also ich bin sehr zufrieden nach diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt schon über Augsburg gesprochen habt, aber dass eine Mannschaft nach einem frühen 1-0 dann wieder zurückkommt und dass eine Mannschaft es immer wieder schafft, nach so anstrengenden Wochen, selbst gegen Augsburg dann das Ding noch zu holen, das ist sehr, sehr gut. Und deswegen hoffe ich, dass die letzten zwei Spiele auch noch gut über die Bühne gehen und wir dann sagen können, boy, oh boy, wie wir das geschafft haben, in die Winterpause zu kommen mit in beiden Pokalwettbewerben überwintert und dann noch eine relativ hohe Punktzahl in der Liga. Was wollen wir mehr? Ja. Bin ich voll bei dir, Marvin. Auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, was auf jeden Fall auffällig war, ist ja diese, du bist, das schützt ja trotzdem nicht davor, das Spiel dann hier, egal wie gut das Kollektiv momentan funktioniert und egal wie du denkst, ach, da kann eigentlich, du bist gut eingespielt, du spielst gut nach vorne, du machst vorne die Tore nicht, jetzt zum Beispiel, um auf das Augsburg-Spiel nochmal konkret zu gehen, die Chancenverwertung war ja schon wieder so ein Punkt, wo du sagst, ah, Mist, da haben wir wirklich ein bisschen zu wenig, also du hättest viel, viel früher dann den Sack zumachen müssen und auf der anderen Seite, vielen Dank, Kevin Trapp an der Stelle nochmal, also allein die Aktion, war es Ende erster Halbzeit, wo er nochmal diese, ich sag mal, wo er die Hand hernimmt in der Reaktion, sehr geil, das Ding rettet, das kann halt auch schnell dann wieder in die andere Richtung gehen, obwohl du, obwohl alles, was wir gesagt haben, völlig richtig ist, die Mannschaft funktioniert, das Kollektiv funktioniert momentan gut und so weiter und so fort, trotzdem ist es so, da sind dann mal, fällt ein Ball durch, wie beim 1-0, was ja dann am Ende auch stark von Augsburg gemacht war, den zu, ja, einzunetzen, trotzdem auf der anderen Seite, du musst einfach deine Chancen etwas konsequenter machen, gerade auch, wenn ich daran denke, Colomuani, diese genialen Anlagen und diese genialen, sag ich jetzt mal, Durchsetzungen, wo er einfach dann durchstarrt und den Spielern auf zwei Metern zwei abnimmt und du denkst einfach nur, wow, wie geil ist das denn, dann immer wieder, momentan, der braucht unbedingt jetzt einfach ein paar Torerlebnisse, dass er noch mehr Selbst, genau, dass er einfach noch mehr Selbstbewusstsein hat, das waren, er hatte Pech, er hatte wirklich viel Pech, gerade wo ihm dann der Ball auch verspringt mit der Ballannahme, der Fehler vom Torwart von Augsburg ja nicht ausnutzen konnte, genau, also das sind so ein paar Situationen, wo man einfach im Nachhinein, heute, normalerweise dürfen wir darüber gar nicht groß, ah, da darf man sich keine Gedanken machen und so weiter, ja, aber ich glaube einfach, da muss man aufpassen, aber da sind die Coaches und alle ja da, um auch Colomuani zu sagen, du warst geil, du bist ein geiler Typ, du musst einfach das weitermachen und dann fallen die Tore automatisch und solange es dann funktioniert und die Eintracht trotzdem gewinnt, wie es jetzt gegen Augsburg war, glaube ich, wird auch keiner in Frage stellen, ob Colomuani spielt oder nicht, wenn du aber am Ende so ein Spiel dann verlierst und die Tore wurden nicht gemacht, dann fängt diese ganze Maschinerie an, das wollen wir gar nicht, dementsprechend freuen wir uns einfach drüber, wie das jetzt alles gelaufen ist, trotzdem Vorsicht, hier muss man einfach im Endeffekt alles ganz konsequent noch zu Ende durchsprechen, die Leute betreuen und auch mitnehmen und in der Abwehr, ja, da ist immer noch ein bisschen, ja, Fragilität manchmal drin, die man sich fragt, woher kommt das, ob das dann über die Außen ist, dass Pellegrini eben den Schritt nicht mitgegangen ist, ob es eben ein Fehler in der Abstimmung der Ketten war, aber das sind alles Dinge, zum Glück haben wir ja dann auch ein bisschen Zeit zu trainieren, mal sehen wir alles, da sind natürlich auch einige unterwegs, trotzdem denke ich, dass wir hier eine ganz tolle Mannschaft finden, die mit noch mehr Automatismen und noch mehr Spaß bringen kann. Ja, gebe ich dir voll und ganz recht, also ich glaube, Abwehr hat sich durchaus jetzt so ein bisschen eingegroovt, das sehe ich jetzt gerade auch in der Kombination mit Jarkic und ich finde, Smolcic kommt da auch immer, immer besser rein, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge und ja, klar, Ibimbe dann natürlich dann da auch so ein bisschen in dem Spiel, der Pechvogel war, ich meine, wenn du überlegst, wann war das in der paar 70. Minute, wo er dann einfach den Ball am leeren Tor so blöd vorbeischiebt und auch sagst du, ey, das hättest du jetzt sowas von verdient gehabt, aber ich glaube aber auch, ja genau, ich glaube aber auch, dass das einfach dann vom Trainer und von allen anderen dann auch entsprechend aufgefangen wird und ja, der Kerl ist halt auch einfach noch jung und das ist auch das erste, das erste Jahr in der Bundesliga und dafür, wie der da jetzt schon irgendwie einschlägt, ist es halt schon einfach echt grandios, ja, also da darf man jetzt, ich finde auch, ich finde es wichtig, dass du das betonst, denn ja, ey Leute, in der Liga klappt es vielleicht nicht hundertprozentig, meine Güte, wie viel Assists der hat, Leute, 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 das ist in der allererste Saison, der Rort in der Champions League ist ja so wichtig und der ist in der Liga so wichtig, überleg dir mal, wie krass das eigentlich ist, diese Entwicklung zu sehen von einem Jesper Lindström, der im ersten Jahr auch schon mega war und im zweiten, das jetzt eigentlich vergoldet, Kolo Moani nur annähernd so krass nochmal einen Entwicklungssprung in der nächsten Saison hat, Alter, das wird alles sehr, sehr teuer für andere Vereine. Ja, so ist das ja. Will ich gerade noch gar nicht so genau drüber nachdenken, aber ja, das kann auch ruhig noch sehr teuer werden, weil dann bleibt er vielleicht noch ein bisschen. Ja, schauen wir mal. Aber im Moment gibt es ja auch nicht so viele Aspekte oder so viele Gründe wegzugehen, ne? Also, ich glaube im Moment, Pola halt. Ja, aber ist ja jetzt nicht so, dass die Eintracht in Backstein bezahlt und ansonsten, wo willst du denn, also wenn du in Deutschland bleiben willst, wo willst du denn hin? So, du kannst noch zu Bayern gehen, aber ansonsten, glaube ich, gibt es innerhalb von Deutschland wenig Argumente zu wechseln und ansonsten findest du halt hier auch echt geile Bedingungen vorne, um einfach auch vielleicht mal zwei, drei Jahre zu bleiben und nicht einfach nur das, das eine Jahr sich gut zu präsentieren oder vielleicht noch ein zweites, so wie es Silva und Co gemacht haben, ne? Also, was ist denn das Argument am Ende des Tages von der Eintracht aktuell wegzuwechseln und zu Leipzig zu gehen? Gibt's nicht so viele. Außer vielleicht ein anderes Gehaltsgefüge ist trotzdem, auch die Eintracht ist einfach von den Gehaltsstrukturen, glaube ich her, weil hier ja auch viele Verträge noch, einfach um auch das Gehaltsgefüge nicht zu sprengen, kannst du ja hier nicht anfangen, astronomische Summen auch für so Spiele abzugeben. Es kann sein, dass das generell eh schon ein bisschen hier ein großer Spread jetzt drin ist zwischen alten Spielern, die sozusagen schon ein paar paar Jährchen jetzt bei uns sind. Ob das ein So ist, ja, ich weiß es nicht, kann es dir gar nicht genau sagen. Müsste man sich genauer anschauen. Aber der Wechsel und deshalb finde ich schon, dass das vom René ein legitimer Punkt ist, Geld gerade auch in anderen Ligen und wenn du dann natürlich in England dir wieder anschaust, das ist ein ganz anderes Niveau, glaube ich. Selbst wenn die Eintracht da hier an ihre völligen Grenzen geht, wird jeder englische Klub lachen, wird sagen, naja gut, dann machen wir mal doppelt und dann ist okay, dann spielt es halt für uns. Ja, aber man muss natürlich dann auch da bedenken und das ist dann wieder ein Punkt, der für die Alex sprechen würde, du hast natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Hier kriegst du vielleicht jetzt nicht irgendwie die Kohle, die du jetzt in der Premier League bekommen würdest, aber du weißt, du spielst halt. So, die Engländer oder die englischen Vereine, die sind halt mit dieser Mentalität nach dem Motto, wir scheißen halt sowieso irgendwie das Geld hingegangen. Da hast du halt auch zwei Konkurrenten neben dir auf der Bank sitzen, gegen die du dich erstmal auch durchsetzen musst. Da ist nicht gesagt, dass du unbedingt spielst. Also das muss man, glaube ich, dann auch an der Stelle noch abwägen und da kommt es dann, glaube ich, auch sehr auf den Berater drauf an, der dann da im Hintergrund irgendwie diese Flöße gibt. Sicherlich richtig, ja klar. Ah, der Eintracht, Champions League spielen wir und ihr habt schon recht. Also im Moment ist das, glaube ich, ein sehr, sehr attraktives Schaufenster auch für viele. Ja, ja. Absolut. Vielleicht noch abschließend, um nochmal hier über Augsburg zu sprechen, wen wir natürlich an dieser Stelle jetzt auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch der Mensch, der das 2-1 am Ende des Tages gemacht hat, Ansgar Knauf, nachdem er ja schon gegen Sporting dann hier ja auch mit dem Pass dann da entsprechend unterwegs war, hat er hier jetzt in dem Fall das Ding nach der Ecke dann am Ende des Tages selbst gemacht, der ja zur Halbzeit eingewechselt wurde für Pellegrini auf der linken Seite, wo ich ja letzte Woche, als wir über die Aufstellung gesprochen haben, schon direkt gesagt habe, lass das mal von Anfang an so machen. Aber naja gut, zweite 45 Minuten hat es ja dann funktioniert. Also ich freue mich auch sehr für ihn, dass er da jetzt wieder so unterwegs ist und jetzt nicht nur Vorlagen macht, sondern da sich jetzt auch mit einem Tor belohnt hat und zumindest vom Jubel her konnte man auch sehen, wie sehr er ihn das gefreut hat. Also einfach auch mega wichtig. Ja, und am Ende steht die Eintracht da, gewinnt 2-1 in dieser, ich nenne es jetzt mal hier, irgendwie graue Tagewoche bei diesen drei hochgradig spannenden Gegnern Augsburg, Hoffenheim und Mainz sind die ersten drei Punkte in dieser Woche im Sack. Was ja auch nicht gerade wenig ist. Marvin, wie viele Punkte brauchen wir noch zum Klassenerhalt? Ich glaube 17. Ja, aber egal, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das ja immer schon so, dass ich so einen Spleen habe und einfach wirklich froh bin, wenn wir die 40 Punkte haben, weil das geht nicht mehr raus. Ich meine ganz ehrlich, der erste Abstieg, der war für mich, das war ja lustigerweise, Dennis, du wirst dich erinnern, eigentlich an die Zeit, wo wir dann regelmäßig ins Stadion gegangen sind, dass wir gleich den Misserfolg eingeatmet haben. Aber wir haben auch Vorteile gehabt, dass wir dann dadurch wenigstens regelmäßig ins Stadion gehen konnten. Und das bleibt drin. Und dann noch der letzte Abstieg beispielsweise, Abstieg der Schande, dass wir so nah an der Punktrettung dann eigentlich schon gedacht haben mit der Hinserie, dass wir dran wären. Und dann doch die 40 Punkte nicht erreicht haben. Deswegen noch 17 Punkte sind es. Wir haben jetzt 23. Das ist mega geil. Und ich glaube, das erreichen wir relativ locker. Und dann mache ich ein kleines Fest und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und wo die Eintracht am Ende noch landet. Denn es kommt natürlich auch noch ein bisschen auf die nächsten Spiele drauf an. Aber das sieht jetzt schon ziemlich, ziemlich gut aus. Das sieht jetzt schon ziemlich gut aus und wir werden auf jeden Fall erfahren, wie das weitergeht. Wenn die Eintracht... Vor allen Dingen, was ja noch so ein bisschen täuscht, ist ja, dass die Winterpause dieses Jahr gar nicht in der Mitte der Liga liegt. Das ist korrekt. Wir haben jetzt noch zwei Spiele bis zur Pause, aber dann sind wir trotzdem erst am 16. Spieltag. Und wenn wir... Ja, das ist korrekt. Genau. Ach nee, gar nicht, am 15. Am 15. Am 15. Genau. Also du hast ja noch 16. und 17. offen, so ist es ja. Genau. Genau. Also du beendest sehr früh und vor der Hälfte der Saison tatsächlich. Also du hast noch eine ganze Reihe Rückspiele, die aber dann ja auch wieder sehr stramm aneinander sind dann von... Wann starten wir? Mitte Januar, glaube ich, wieder. Also da ist dann auch noch ein enger Kalender, ja dann auch mit Pokal, also DFB-Pokal und Champions League. Also das wird natürlich auch da hinten aus dann spannend. Aber klar, es verfälscht natürlich ein bisschen das Bild, weil wir jetzt nicht über 17. Spieltag Winterpause reden, sondern über den 15. am Ende des Tages. Genau. Und jetzt mal angenommen, wir würden jetzt, ne, rosa-rote Brille an, würden jetzt noch zwei Spiele gewinnen, was jetzt auch nicht unmöglich ist, dann würden wir am 15. Spieltag mit 29 Punkten dastehen. Das ist einfach zu krass. Und es ist ja noch nicht mal dann die Halbserie. Ja. Und ja, da bin ich voll bei dir. Und das Schöne ist ja, dass auch vorne nicht alle so performen. Das ist jetzt hier, ich habe vorhin gesehen, Wolfsburg hat zum Beispiel verloren gegen Wolfsburg. Wolfsburg, sei schon. Dortmund hat verloren gegen Wolfsburg. Dann Gladbach liegt 2-0 gegen Bochum zurück. Also auch die, die potenziell sich ja dann am Ende mit uns um Plätze streiten, Punkten auch nicht so souverän, wie sie das manchmal so machen. Wobei die nur bei gegen Bochum haben wir auch schon gemacht. Ja, klar, logisch. Aber es ist einfach so was, es ist sehr eng, es ist sehr knapp, wenn du selbst deine Punkte machst. Ja. Und du hast einfach hier sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Möglichkeiten, selbst dich in Positionen zu bringen, von denen wir vor ein paar Monaten oder Jahren zumindest nie geträumt hätten, dass du selbst in der Lage bist, um diese Direktqualifikationen da oben mitzuspielen. Also es ist der Wahnsinn. Und es ist nicht unmöglich, sondern du musst einfach dein Leistungsniveau abrufen. Und wenn du dir dann noch anguckst, was wir für eine Scheiße teilweise noch am Anfang der Saison gekickt haben oder wo wir auch mal verpfiffen wurden oder, oder, oder. Wir hatten ja letzte Woche schon die wahre Tabelle angesprochen auch nochmal und so weiter. Also da sind schon viele Punkte dabei, wo du einfach sagst, geil, die Eintracht macht einfach mega Spaß. Marvin, du hast es vorhin, glaube ich, gesagt gehabt, wir spielen noch in zwei Wettbewerben, wir überwinnen in der Champions League. Wahnsinn. Pokal, geile Runde, nächstes Los, genial. Schauen wir, dass da es vorangeht. In der Bundesliga spielst du im Endeffekt im oberen Drittel, sehr gut mit. Was willst du momentan mehr? Es ist wirklich ein absoluter Traum. Klar, wir haben nachher noch ein Thema, sicherlich, was noch schön wäre, wenn es jetzt nicht noch da intern diese Rumorreihe gebe. Aber, ja, ansonsten ist das schon ganz nett. Dazu, dazu, genau. Wir können ja schon den Blick so ein bisschen erweitern, weil wir kommen, nächstes Spiel kommt ja jetzt morgen schon. Und dann haben wir Sonntag noch und dann ist es natürlich so. Klar, wir müssen gucken. Jedes Spiel ist eine neue Challenge, aber es ist halt schon krass, mit 13 Spielen 23 Punkte zu haben. Das ist klasse. Und ey, mein Ziel, meine Hoffnung ist, dass wir noch vier Punkte insgesamt holen, jetzt vor dem Winter. Das wäre herausragend gut und da würden wir uns weiter oben festsetzen. Und Dennis, was du sagst, natürlich, die anderen straucheln auch. Wir haben eigentlich wenig, wenig richtige Konstanz gehabt. Lange war es Union Berlin, die brutal durchgerohrt sind. Natürlich die Bayern. Aber es ist alles immer noch möglich. Und ey, je länger wir das Feld offen haben, das ist jetzt schon eine herausragend gute Saison. Aber da geht vielleicht wirklich noch mehr. Und gerade mit einer Mannschaft, die gut zusammenwächst. Das Wichtigste wird jetzt sein. Wenn wir dann gleich dann schon, das werden wir demnächst mal machen, aber irgendwie auf den Winter gucken, dass wir Ruhe haben. Dass der Laden dicht bleibt. Dass nicht die ganze Zeit irgendwelche scheiß Gerüchte aufkommen, weil das wird lanciert. Die Konkurrenz, die dann bei der selber nicht so funktioniert, die sagen, oh ja, hätte aber schon Interesse an dem Kamada. Das ist ja schon ein guter Spieler. Und hier der Kolo Mohani, den könnte man ja auch noch verpflichten. Genau solche Sachen ruhig halten. Wir werden ganz nüchtern darüber sprechen, ob ein Kamada einen Vertrag verlängert wird. Wenn nicht oder nicht, dann ist es so. Dann wird aber nicht mehr gelabert. Ein Dikra, der hat sich schon bei Paris Saint-Germain für Kasama duckeln lassen. Also ich weiß nicht, ob der dann im Winter, wird der auch nichts machen. Dann lieber die Saison vernünftig zu Ende spielen und nicht die ganze Zeit irgendwelche Querelen entstehen lassen. Weil ich glaube, Ruhe ist dann mit der Mannschaft das, was uns wirklich auch durch die Saison bringen kann. Ja, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich als erfahrener Eintracht-Fan zucke ich dann da trotzdem immer wieder zusammen, weil das so komplett ruhig und geräuschlos von der Bühne geht, glaube ich halt leider dann auch wieder nicht dran. Aber ja, können wir uns dann im Winter mal angucken. Du hast es gerade eben aber schon angesprochen. Die nächsten Spiele stehen unmittelbar vor der Tür, um an Marvins Vier-Punkte-Plan zu arbeiten. Muss die Eintracht morgen Abend 20.30 ran gegen Hoffenheim. Und was wir auf jeden Fall schon wissen, ist, dass Rode ausfallen wird. Da zwickt es ein bisschen im Oberschenkel. Und Glasner hatte ja bei der Pressekonferenz heute gesagt, er hätte ihn auch gerne auf jeden Fall am Sonntag fit und auf dem Platz. Von daher ist davon auszugehen, dass Rode definitiv da nicht spielen will. Ich gehe mal davon aus, dass dann Kamada wieder reinrücken wird, wenn der Gegner eben heißt, die TSG aus Hoffenheim für das letzte Heimspiel in dieser Hinserie. Mit welcher Erwartungshaltung oder mit welchem Eindruck geht ihr denn in dieses Spiel? Frau Alex, fangen Sie doch mal an. Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer, die rosa-rote Brille immer abzulegen. Also ich bin halt durch euphorisiert. Das andere kann ich da gar nicht sagen. Hoffenheim ist jetzt auch nicht die konstanteste Mannschaft. Klar haben die Qualität in ihren Reihen mit Kramaric. Der ist immer für ein Tor gut. Aber das ist eine lösbare Aufgabe. Deswegen bin ich guten Mutes froher Dinge, dass das morgen Abend gut wird. Dennis Marvin, seid ihr da anderer Meinung? Ich wäre so gern noch pessimistisch. Nein, das hört sich total blöd an. Nein, das Ding ist, ich muss mir natürlich bremsen. Wir sehen eine Hoffenheimer Mannschaft, die ein bisschen biederer spielt in dieser Saison, mit breiten Reitern, durchaus einen okayen Trainer hat. Aber ey, das ist nicht mehr das TSG Hoffenheim, wo du gedacht hast, alter Falter, schwierig, schwierig. Wir haben die ja die letzten Jahre auch schon immer ganz gut bespielt. Und ich glaube, da ist natürlich was möglich. Trotzdem denke ich fast eher, dass heute beziehungsweise morgen, also Mittwoch, den Dreier nicht gibt, sondern eher einpunkten, dass wir dann gegen Mainz mit einem Dreier in die Winterpause gehen. Aber ich sage mal so, wenn es Mittwoch drei werden und am Sonntag ein, habe ich auch keine Bauchschmerzen. Es ist beides echt richtig gut möglich. Und die Eintracht muss sich nur auf sich konzentrieren. Es ist ja so, dass auch Glasner gesagt hat, wir machen das jetzt eigentlich mit dem relativ gleichen Kader von mir aus. Da habe ich gegen Mainz irgendwie so aus der Vergangenheit raus einfach mehr Schiss. Weil Mainz auswärts haben wir immer scheiße ausgesehen. Aber sowas stimmt, ja. Und das ist halt einfach so ein gebranntes Kind. Und deswegen glaube ich vielleicht eher daran, dass es gegen Hoffenheim gut werden kann und Mainz schon eine schwierige Nummer wird. Also vielleicht täuscht mich das auch in meiner Erinnerung. Und ich habe das alles irgendwie total in meinem Kopf vermischt. Aber hatten wir das nicht in den letzten drei, vier, fünf Jahren sehr oft, dass Mainz immer so das letzte Spiel vor der Winterpause ist, immer in Mainz, immer diese Diskussion war, ach komm, fährt mal mit dem Schiff hin. Und immer am Ende des Tages haben wir dann hier das Lied gesungen. Hätten wir es mal lieber gelassen, das wäre besser gewesen. Ein bisschen abgesoffen meinst du, ja. Ja, also am Ende ist der Tanker immer irgendwie untergegangen. Es ist definitiv so. Man muss auch sagen, was meiner Meinung nach jetzt für die Hoffenheim-Geschichte etwas spricht, ist diese Nicht-Konstanz, die auch die Hoffenheimer jetzt so die letzten Wochen eigentlich dahin bringen, außer gegen Schalke, wenn ich mir die, ja, ich sage jetzt mal, da haben sie im Pokal und in der Liga mal hoch gewonnen. Ansonsten nicht ein Spiel gewonnen, ob das dann gegen die Bayern, gegen Werder verloren, die Bayern und Leipzig, ansonsten eigentlich nur unentschieden gezogen. Das ist im Endeffekt schon was, wenn wir da an unsere Leistungsniveaus irgendwie anknüpfen können, ist da auf jeden Fall gegen Hoffenheim was drin. Und ich bin bei euch auch mit der Mainz-Geschichte auch etwas mehr... Das Mainz-Trauma. Ja, so kannst du es nennen. Dieses elendige Mainz, ja. Ja, wobei, vielleicht steht der Stern dieses Jahr wirklich ein bisschen anders, weil Mainz ist ja eigentlich so das Barcelona von Deutschland dieses Jahr, weil die es ja auch geschafft haben, ihr Ticketing nicht im Griff zu haben und deswegen mehr als 10.000 Tickets an Frankfurter verkauft wurden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Alex, was du sagst, das war ja ein bisschen ein kleines Skandalchen. Ich habe schon gelesen, dass die Mainzer jetzt schon warnen, dass die Frankfurter in größerem Umfang jetzt noch kommen sollten. Ich finde es total lustig. Ich kenne auch viele, die genau da die Tickets geordert haben. Es kann vielleicht so sein, dass die Sterne günstig stehen, ohne jetzt zu esoterisch zu wirken oder irgendwie zugläubig an Astrologie. Ist das Astrologie? Ich glaube, ne? Also, es kann tatsächlich sein. Ja, genau. Es kann tatsächlich sein. Und ganz ehrlich, wäre schon brutal, weil ihr habt nämlich vollkommen recht, ich war jetzt schon öfter in Mainz und tatsächlich sah mir sehr häufig sehr schlecht aus. Ich könnte mal umdrehen jetzt. Sollten wir auch machen. Ich würde es mir wünschen. Einfach sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen und nicht nur vier. Dann können wir ja schon mal fast mal tippen, wenn ich das hier so höre. Ja, es sei denn, ihr hättet noch Anmerkungen zur Aufstellung. Die halte ich ja jetzt einfach so quasi euch entrissen, weil ich ja anhand von Glasnaas Aussagen jetzt einfach davon ausgehebe, dass es mehr oder weniger gleich laufen wird. Ich gehe fest davon aus. Knauf von Anfang an statt Pellegrini. Ich glaube auch, dass Knauf von Anfang an auf der linken Seite spielen wird. Er hat das gut gemacht. Und ich glaube, Pellegrini ist tatsächlich auch nicht die Wunschlösung, sondern einfach auch aus der Not gedrungen auf der linken Seite aufgestellt worden. Deswegen glaube ich, dass Knauf links spielt, Ibibe rechts, Rode bekommt die Pause, damit Soll sich seine fünfte gelbe Karte abholen kann und wir trotzdem in Mainz noch ein Mittelfeld haben. Ja, also alles so, wie es zu erwarten ist. Okay, ohne Soll in Mainz antreten hätte ich jetzt halt noch. Ja, aber deswegen, deswegen ist es also wichtig, dass auf Rodes Wade geachtet wird, damit der im Zweifelsfall vielleicht doch nochmal ein 90-Minuten-Spiel machen kann. Ja, aber dann drückt halt Jarkic nach vorne und Smolcic hinten rein. Wir haben es auch vorhin schon gesagt, im Endeffekt ist der Kader ja recht flexibel. Ich denke schon, dass da Möglichkeiten bestehen, auch das auszugleichen und zu machen. Aber ich bin voll bei euch. Also ich denke, das ist die logischste Konsequenz und es passt ja auch zu dem, was eigentlich im Vorfeld jetzt besprochen wurde. Und Kamada, ich muss wirklich sagen, wenn du jetzt, wenn er fit ist und du würdest jetzt einfach mal auf ihn verzichten, weil einfach so, wäre ja auch verrückt, der spielt die Saison seines Lebens und sollte hier im Endeffekt unbedingt auch wieder sofort in Rhythmus kommen, auch wenn wir dann wieder eine längere Pause haben. Aber der muss jetzt gegen die Hoffenheimer schon rauf, damit er dann gegen Mainz uns aus unserem Trauma schießen kann. Was hab ich vor der Saison auf diesem Typ rumgehackt? Was haben wir in den letzten zwei Saisons auf diesem Typen rumgehackt? Ach ja, aber andererseits, ich glaube nicht nur. Ich schon. Ja, okay, aber das ist ja okay. Der Podcast lebt ja auch dadurch, dass es Meinungen gibt, die richtig und falsch sind. Schatz feiert. Da mache ich eine Ergänzung zum René, nicht nur unbegründet wurde er auf ihm rumgehackt. Siehst du, so ein Ding ist das. Okay, ich gebe dir das. Also insofern, die Sache ist, wie geil es ist, dass er uns jetzt gerade vollkommen alle restlos überzeugt. Und ich gehe auch damit, also lass uns Kamala wirklich von Anfang an spielen, Pellegrini dann dafür, nicht dafür, aber raus, knauf rein. Wir haben super Alternativen, die später noch kommen können mit einem Alidu, vielleicht ein Lukas Alario, der vielleicht mal früher kommen könnte, kann ich mir vorstellen. Also wir haben diese Möglichkeiten. Und dann wird das auch gegen Hoffenheim ein Spiel, auf das ich mich jetzt statt jetzt auf jeden Fall schon sehr freue. Ja, das ist auf jeden Fall mehr als über das von uns auch schon mehrfach angesprochene Mainz-Spiel. Aber dann lass mal tippen. Was ist denn euer Tipp? Der Herr Dennis steht ja als erstes in der Liste. Sag mal, morgen gegen Hoffenheim. Gut. Morgen gegen Hoffenheim. Ich habe mich ja über die Chancenverwertung beschwert. Das heißt, das wird auf jeden Fall gegen Hoffenheim anders. Es wird ein 3-1 für die Eintracht. Alex? Das wäre auch mein Tipp gewesen. Also das wird endlich mal ein Spiel, was wir nicht 1-0, 2-1, 3-2, so ein knappes, sondern das wird mal ein klarerer Sieg. Und vor allen Dingen ein Sieg, wo ich mich Mitte der zweiten Halbzeit schon entspannt zurücklehnen kann, mir denken kann, ah, hier brennt nichts mehr an, weil wir 3-0 führen. Dann kriegen wir noch so ein Gurkending rein. Ich bleibe aber trotzdem entspannt auf der Couch sitzen und gucke weiter. So sieht mein Abendmord aus. Das bleibst du niemals, Alex, bleibst du entspannt, wenn wir noch ein Gegentor bekommen, weil auf einmal fällt einfach alles, was ein Eintracht-Fan immer hat, extreme Angst, dass es doch noch voll in die Hose gehen kann. Völlig unbegründet, weil es schon in der 85 Minute ist und du denkst, oh Gott, das wird jetzt hier das Spiel, was irgendwie in irgendwelche Tabellen eingefügt wird, weil es das verrückteste Spiel war, weil du in fünf Minuten noch drei Tore bekommen hast. Nein, es ist der typische Eintracht-Fan, der wird niemals in Ruhe eine Halbzeit oder auch nur die letzten fünf Minuten verbringen können, wenn er nicht 10-0 führt. Ja, und selbst dann wäre ich noch vorsichtig. Na gut. Also ein ruhiges Eintracht-Spiel maximal dann, wenn ich irgendwo im Koma liege, aber ansonsten wahrscheinlich eher schwierig. Marvin, was ist denn dein Tipp? Ich sag, das wird mir wieder um die Ohren fliegen, aber ich sag mal 3-1 für die Eintracht. Du sagst auch 3-1. Ich schwanke ganz ehrlich so ein bisschen zwischen, ja, 3-1 wäre mir ein Ticken zu hoch. Tendenziell wäre so das klassische 2-1. Hoffenheim hat eigentlich auch fast immer irgendwie ein Tor geschossen und wir haben eigentlich auch immer mindestens eins kassiert, wir sind aber auch eigentlich gerade so ein bisschen gut unterwegs. Ich geh mal mit und ich nehme das gleiche Ergebnis, dann sind wir uns komplett einig und tippen einfach alle 3-1. Das ist doch cool. Du wirst dich ja jetzt hier nicht gegen die Mehrheit stellen. Nee, definitiv. Also normalerweise schon, aber in diesem Falle nicht. Ich meine, es ist das letzte Heimspiel vor dieser unsäglichen WM da in Katar. Da wird nochmal richtig Stimmung da sein. Ach, macht's nicht. Ich guck das wieder von der Couch aus und es fuckt mich so krass. Lass uns nächste Woche mal über Katar sprechen. Ich hab so ein paar Sachen über die wir da machen. Nee, ich glaub Alex meinte wegen Stimmung. Ach so, okay. Ja, ja, genau. Nicht wegen, also Katar hab ich völlig ausgeblendet irgendwie. Sehr gut. Mich fuckt's gerade ab, dass ich zu Hause gucken muss und meine Karte Woche für Woche hergib. Ja. Ja, ja, du arme... Ja, gut, das kann ich verstehen. Aber ich glaub schon, dass das einfach nochmal ein schöner Abschluss für diese Hinserie hier wird. Die Mannschaft ist gerade extrem gut drauf. Ich glaub, Klaasner kann die auch echt gut motivieren. Also ein 3-1 ist schon durchaus, schon durchaus drin. Ja. Denk ich auch. Und dann Horrorrunde am Sonntag gegen Mainz. Hat einer von euch eine von diesen 10.000 Karten gekriegt? Ich geh noch nicht mal zu heimspielen. Weiß ich nicht auswärts. Nee, tatsächlich. Also beziehungsweise ich hätte einer bekommen, wenn ich gewollt, aber das steht bei mir noch nicht fest, ob ich hingehe. Es gibt so ein, zwei Optionen. Mal gucken. Ja. Ich hab echt Schiss vor diesem Spiel, sag ich euch. Also da sitzt der Stachel tief, wie man so schön sagt. Werden wir in Retrospektive nächste Woche mal aufbauen. Genau, werden wir in Retrospektive nächste Woche aufbauen. Das ist ein schönes Ding. Und dann müssen wir noch über das Highlight dieser Woche sprechen. Am Montag, 12 Uhr, trug es sich zu, dass eine Champions League Auslosung für die Runde der letzten 16 stattfand. Und ein Kärtchen, was dort aus einer Kugel gezogen wurde, trug den Namen Eintracht Frankfurt. Und dann gab es einen zweiten Namen, der gezogen wurde. Und da stand drauf, SSC Neapel. Und das ist unsere Partie im Achtelfinale. Hinspiel am 21. Februar zu Hause, Rückspiel am 15. März in Neapel dann. Eure Meinung zu dem Gegner? Marvin, fang du doch mal an. Was war so dein Gedankengang, als du diese Paarung gesehen hast? Und was ist dein Gedankengang heute dazu? Was hat sich verändert? Ja, also für mich ist es so, dass ich sagen muss, ich finde das Lebenlos mega interessant. Es ist ein richtig cooler Gegner insofern. Cool, es gibt mehrere Schattierungen diesbezüglich, aber cool insofern, dass ich halt keinen Bock hatte, dass wir irgendwie gegen Chelsea nochmal spielen. Ich wollte nicht nochmal gegen Chelsea spielen. Das hat mich irgendwie genervt. Ich hatte keinen Bock auf Real, ehrlich gesagt. Natürlich nach Madrid fliegen wäre schon ganz geil gewesen, aber irgendwie hatte ich da auch nicht so wirklich Bock drauf. Und ich war froh, weil Neapel ist ein krass fußballaffines Städtchen, in Anführungsstrichen, sondern eine Stadt und hat eine Fußballhistorie. Das wird wild, das wird von den Fans her vielleicht gar nicht so lustig. Also ich glaube, das wird nochmal eine Stufe härter als Marseille. Also ich fahre nicht mit dem Auto runter und werde nicht mein Notebook mitnehmen. Sollte auch sein Fehler lernen, ja. Auf jeden Fall. Aber von der Attraktivität her ist es grandios. Ich habe da Bock drauf und dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Ja. Warst du das auch direkt in der Sekunde oder ist das eher so dein Gedankengang heute? Nö, nö, ich war direkt zufrieden. Also wäre es in der optimalen Welt, das wäre ja nicht möglich gewesen, weil Paris nur Zweiter geworden ist, hätte ich ganz gern Paris gehabt, weil ich hätte mir ja wunderbar ausmalen können, dass irgendwie 30.000 Frankfurter in Paris sind, gute Anbindung, du kannst mit dem Auto schnell hinfahren, bist schnell mit dem Zug da. Gibt viele Leute im Mainz, die schnell in Paris gewesen wären. Ich glaube, das wäre auch eskaliert in irgendeiner Art und Weise, aber das hätte ich mir so gut vorstellen können, auch weil du da unfassbar viel reinarbeiten kannst. Paris, der Club, der meint, er wäre so mega cool, weil er dieses Superstars zu astronomischen Summen aus den Ölstaaten finanziert. Im Endeffekt diese Sportswashing-Kampagne, die da die ganze Zeit am Laufen ist und dann hast du die traditionsreiche Eintracht, du hättest ein massives Gedankenkonstrukt spinnen können, um das, um beide, um wirklich dieses Spiel nochmal anders, obwohl es Champions League ist, zu hypen. Und dann hättest du ja trotzdem auch Messi und so weiter gesehen. Das wäre für mich schon nochmal eine andere Kategorie gewesen, aber ich bin mit Neapel. Allein von der krassen Qualität, die sie haben, die sind in der Serie A, rohren die alles weg. Die sind so unfassbar gut gerade, das wird ein extrem sperre Gegner, aber ich habe da Bock drauf. Und wir haben trotzdem nichts zu verlieren, wir sind am Achtelfinale der Champions League. Boy oh boy. Ja, also verloren ist das Ding noch lange nicht, aber du hast natürlich recht, wenn du ansprichst, dass die gerade in der italienischen Liga da ziemlich durchmarschieren. Da, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir am 15. Spieltag mit irgendwie 26 oder vielleicht sogar 29 Punkten dastehen, dann steht Neapel am 14. Spieltag jetzt derzeit mit 38 Punkten. Da ist acht Punkte vor AC Mailand, die Zweiter sind, hat noch kein einziges Spiel in der Serie A verloren. Also die sind halt gerade richtig auf einem Lauf unterwegs. Hey gut, aber was du halt auch sehen musst, wir sind Champions League Achtelfinale, wir sind unter den letzten 16 Mannschaften, da gibt es keine leichten Lose mehr, da kriegst du kein Karabag mehr zugelost, wo du irgendwie sagst, okay, kriegen wir schon. Und dass wir eigentlich unter den 16 schon der krasse Außenseiter sind, muss man halt auch einfach mal sehen. Aber dafür, finde ich, haben wir es mit Neapel echt gut getroffen. Also es hätte ManCity sein können, da hätte ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf gehabt, in gar keiner Schattierung, die Marvin eben angebrochen hat. Also weder von der Attraktivität der Stadt noch vom Club her. Ja, ist richtig, noch von der Fanbase oder und dann musst du noch irgendwie ein Haarland aus dem Spiel nehmen. Richtig, das hat halt einfach überhaupt keine Attraktivität und deswegen Neapel schon ganz geil, aber in der, also ich habe mich mega gefreut über das Los, in der Nachbetrachtung, ich habe es eben so in unserem Pre-Talk schon mal gesagt, ich war halt voll in Reisestimmung, auch nach der Auslosung und auf einmal sehe ich so in meiner WhatsApp-Gruppe, sorry, bin raus, ich auch, ich fahre safe nicht mit. Und ich mir dachte so, Leute, was ist denn hier los? Und dann kam halt genau das, was der Marvin gesagt hat, war eigentlich auch die einhellige Meinung in meiner Gang, dass Marseille Kindergeburtstag dagegen war, dass da unten Leute mit gewetzten Messern auf uns warten, was im Moment meine Vorfreude so ein bisschen getrübt hat, beziehungsweise meine Reisegruppe arg dezimiert hat. So ist es hier auch, ja, genau das Gleiche, ja. Nein, das ist schwierig, also ich muss wirklich sagen, die Fans vor Ort auf jeden Fall, ja, nicht unbedingt das Highlight der Auslosung und ihr sagt zwar klar, logisch momentan, Neapel performt aktuell natürlich barbarisch, aber performt eigentlich ein bisschen zu überperformt momentan, finde ich, dementsprechend, wir haben noch ein Vierteljahr, bis zum Zusammentreffen kommt, das heißt, mal schauen, wie die Form dann auch da ist. Also ich bin wirklich gespannt, ob die auch diese Form halten können, die sie momentan haben. Ich finde, das ist jemand, ein Gegner, auch vom Papier her, der, ja, zumindest von den Personen her irgendwo noch in der Machbarkeit für die Eintracht stehen und ihr habt es vorher schon gesagt, wir reden hier von Achtelfinale Champions League, dass man das nochmal sagt, dass wir einen Gegner noch bekommen, zugelost bekommen, der eventuell auf irgendeinem Papier und irgendeiner Schattierung, wie der Marvin sagt, noch irgendwie von der Eintracht vielleicht geschlagen werden kann und wir kommen eine Gruppe, eine Runde weiter. Das ist schon, finde ich, mit Neapel zumindest irgendwie in einem denkbaren Szenario, was nicht komplett geisteskrank ist, vertretbar. Ja, also noch haben wir uns aus diesem Wettbewerb noch nicht verabschiedet. Wer sich aber ganz kurz verabschieden möchte, ist der liebe Marvin, der muss nämlich leider noch einen Moment arbeiten. Super, super Überleitung, muss ich sagen. Das war Masterclass, René, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Sorry, dass ich heute schon wieder weg muss, aber es war wunderbar, mit euch gesprochen zu haben und ich gebe den Ball dann gleich wieder weiter. Wir sind noch lange, lange nicht weg. Der Eintracht-Podcast ist auch noch lange hier heute nicht weg, denn es ist alles möglich. Wer weiß, ob wir im Hinspiel vielleicht schon den Weg einigermaßen bereitet haben und wenn wir dann irgendwie uns vielleicht sogar in 2-2 ergaunern in Neapel, dann geht es doch mal eine Runde weiter. Es ist alles möglich mit dieser Eintracht und auch mit dem Eintracht-Podcast. Insofern, wir hören uns bald wieder, aber ihr macht nochmal weiter. Bis dann. Ciao. Ciao, mein Lieber. Tschüssi. Ja, also ich finde es spielerisch halt oder von der Paarung her halt einfach schon ein extrem interessantes Los auch zu sehen, wie das dann jetzt ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die auch finde ich so ein bisschen ähnlich, zumindest von allem, was ich gelesen habe. Ich habe relativ wenig Spielzeit von Neapel gesehen, weil ich die italienische Liga irgendwie seit ein paar Jahren nicht mehr wirklich verfolge. Aber was ich so gelesen habe, ist es ja so, dass die Mannschaft auch ähnlich wie wir so ein bisschen über das Kollektiv auch arbeitet und da unterwegs ist und ich fände es halt einfach spannend, da mal so diesen direkten Vergleich zweier Mannschaften zu haben, die über diese Art und Weise da agieren. also ich freue mich da schon irgendwie richtig drauf. Ich muss sagen, das Fantechnisch hatte ich nicht so auf den Blick. Mir war klar, dass das eine sehr aktive Fanszene ist, aber dass das dann unter Umständen so ein bisschen problematisch da halt auch sein kann. Und wir werden definitiv nicht mehr als diese fünf Prozent an Karten kriegen. Also da kannst du davon ausgehen, da geht definitiv nichts irgendwie in den freien Verkauf. Genau, nicht viel mehr als 50.000 im Stadion an sich von der Kapazität her. Das heißt, es ist wirklich wieder stark begrenzt von der Kartenanzahl. Ja, also dann sind das wieder die 2.500. Ja, aber wer rechnet schon mit einer schwierigen Fanszene in der Heimatstadt der Mafia? Ja, also das kann sich ja verändert haben. Weiß ja nicht. Ich habe lange von denen nichts mehr gehört. Gibt es die noch? Diese Mafia? Ja. Weiß ich nicht. Nein, Spaß. Spaß. Ich befürchte schon. Ja. Ich glaube, ich fahre mal gucken. Ich glaube, ich fahre am 15. März mal gucken, ob die noch da sind. Dann werde ich euch berichten, ob es so schlimm ist, wie ihr jeder glaubt. Machst du da mal so eine kleine Umfrage irgendwie in der Innenstadt von der Ape? Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie von der Mafia? So, und ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wenn eh keiner Bock hat hinzufahren, dann kriege ich halt auch safe eins der 2.500 Tickets. Macht es ja nur leichter. Wenn ihr alle lustlos seid. Auf Frühling in Napoli. Ja. Na, hinfahren weiß ich nicht. Wäre ich tatsächlich auch raus. Also so euphorisch, wie ich hier gerade tue, ne? Also mich bringt es schon auch zum Nachdenken, wenn alle unisono sagen, das könnte zu gefährlich sein. Ja. Ja. Aber gut, ist ja noch ein bisschen Überlegungszeit, ne? Genau, ist noch ein bisschen hin. Also wir sind ja jetzt noch sehr weit. Da kann man ja auch so ein bisschen den lieben Gott entscheiden lassen und sich mal um ein Ticket bemühen. Und wenn der liebe Gott möchte, dass ich fahre, dann habe ich vielleicht eins. So ist das. So kann man das natürlich. Da kann man ja auch so ein bisschen die Entscheidung mal aus den eigenen Händen legen. So kann man das natürlich auch sehen. Wenn ich kein Ticket bekomme, dann war es vielleicht so gewollt. Das Verrückte an der ganzen Situation war ja, normalerweise kannten wir die Situation, wenn du nicht sofort gebucht hast, sind die Preise innerhalb von, es gab ja hier Abflughäfen. Und wenn du dann gerade auch nicht hier direkt von Frankfurt aus, sondern was weiß ich, oben die Köln-Bonn-Region eingegeben hattest, konntest du ewig lang, den ganzen Tag noch, dann war es irgendwann veröffentlicht mit einem genauen Datum, ist ja immer noch derselbe Preis, komisch, okay, okay, okay. Jetzt wollen sie mich aber provozieren. Die wollen, dass ich das so billig kaufe jetzt. Nein, das ist wirklich ein Normaler, weil da merkst du einfach, dass diese Nachfrage nicht so ganz verrückt ist, wie das manchmal sonst der Fall ist. Das hat nicht mit der Reiselust der Eintracht zu tun. Nein, Barcelona, ja, ja, klar, das war ja zwei Sekunden gedrückt, ich drücke mal auf aktualisieren, wollte kaufen und dann, ja, ihr Ticketpreis hat sich von 400 Euro auf 4000 Euro erhöht. Okay, danke schön, dann fällt es wohl doch weg mit dem Flieger, nimmst du den nächsten. Ja, es war grauenvoll, also hast du völlig recht und da wollten halt alle hin, klar, logisch. Ja, bei Neapel gibt es halt auch einfach echt viele Möglichkeiten hinzukommen, ne? Also ich sag mal, es ist auch nicht unwachbar mit dem Auto und vor allen Dingen, es ist halt auch erst im nächsten Jahr, also mein Problem jetzt zum Ende des Jahres ist halt auch einfach, ich hab am Ende des Jahres noch sehr viel Jahr und sehr wenig Urlaub. Ja. Doch, wenn du das schnell erreicht hast. Nein, also ich muss wirklich sagen, das ist, das ist schon ein ganz schönes, ganz schönes Getucker. Ich meine... Ja, einfach wird das nicht, aber geht. Also, wenn du zu zweit unterwegs bist, 15 Stunden. Ich wollte gerade sagen, wenn du, ich hätte jetzt gesagt, wenn du mit vier Leuten im Auto bist, du überlegst dir dann halt, fährst halt durch bis, keine Ahnung, bis Mailand, Rom oder irgendwo so an der Küste, du sagst, machst einen schönen Abend, trinkst ein paar Bierchen und fährst dann am nächsten Tag nochmal entspannte 500 Kilometer. Ja, das stimmt, stimmt schon. Also, wenn du, wenn du halt um den Termin rum, zwei, drei Tage Urlaub oder machst die ganze Woche frei, machst einen coolen Trip draus, so hatte ich mir das vorgestellt. Ja, dann ist es, dann ist es ja richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar, logisch. Die Option steht dabei ja, glaube ich, definitiv im Raum. Die Frage ist halt tatsächlich eher, wie ist das mit der Fan-Cloud da vor Ort, macht man das oder macht man das nicht? Und ich glaube tatsächlich, dass da der ein oder andere jetzt noch ein bisschen am Zögern ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch trotzdem die 5-Prozent-Karten, die wir da haben, werden, denke ich, genutzt werden. Auf jeden Fall, klar. Ja, also, das ist auf jeden Fall klar, aber du wirst nicht diese, diese überschwänglichen Reisethemen haben und das dann da irgendwie, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Eintrachtler in Neapel unterwegs sind. Aber eigentlich, ne, also, wir haben es ja auch im Pre-Talk schon mal gehabt, was halt so ein bisschen viral gegangen ist, diese Bilder, wo irgendein Napoli-Account den FSV erwartet, eigentlich ist es voll safe zu fahren. Die erwarten Fans in blau-schwarz. So, und wenn ich dann einfach mit meinen rot-schwarzen Eintracht-Klamotten komme, erkennt mich einfach keine Sau. Rechnet keiner mit. Das kann natürlich auch sein. Soll das für eine Mannschaft sein, richtig. Ja, ja. Was hatten die da an? Muss Tennis, Basketball, was auch immer sein. Ja, ja. Ja, schauen wir mal. Eigentlich sehr sichere. Aber das wäre doch mal eine Frage auch in die Runde, wer von euch will denn, also nicht hier in die Runde, sondern an die Hörer, wer fährt, wäre ja ganz interessant, wer hat Lust, wer hat Bedenken, was sind die Gründe, wäre ja vielleicht spannend, wenn das ein oder andere Feedback mal in unsere Kanäle einläuft. Ja, ist definitiv ein spannendes Stimmungsbild. Fahrt ihr runter, habt ihr das safe irgendwie auf dem Plan oder wenn ihr nicht fahrt, was sind die Gründe, liegt es vielleicht auch an dieser Fan-Thematik oder gibt es einfach, dass ihr euch noch nicht entschieden habt. Ich meine, es ist jetzt noch, das Hinspiel ist jetzt noch gute dreieinhalb Monate hin, das Rückspiel noch mal ein bisschen mehr. Ja, manch einer hat noch nicht mal die Planung für die nächsten zwei Wochen fertig, also ich würde mich da jetzt auch schwer tun, da jetzt irgendwie schon eine Planung aufstellen zu können. Ja, vor allen Dingen, schreibt auch mal ein bisschen, egal auf welchen Kanälen auch immer, ob es da draußen noch andere positiv gestimmte außer mir gibt, also meine Crew war nicht gut, genau, der Dennis kommt mit dem gleichen Feedback an, der Marvin unabgesprochen kommt später rein, kriegt den ganzen Pre-Talk nicht mit und sagt aber unabgesprochen einfach dasselbe, was wir vorher gesagt haben, also bitte Leute, schreibt, dass es da draußen noch andere positiv denkende Menschen außer mir gibt. Ja, also wenn noch einer runterfährt, sagt Bescheid, dann könnt ihr die Alex da ein Zähnchen nehmen. Genau. Ja, dann lassen wir das aber jetzt auf jeden Fall mal sacken mit dieser Auslosung und dann werden wir sicherlich das Thema nochmal aufgreifen, spätestens dann, wenn wieder Vorbereitung und so weiter anfängt und man sich dann auch ein bisschen mehr Gedanken macht und vielleicht gibt es ja dann auch konkretere Reisepläne von dem einen oder anderen hier aus dieser Runde. Und nochmal festzuhalten bleibt, Champions League Achtelfinale und die Eintracht ist dabei, was ist das für ein Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, wir haben noch nicht verloren, also auch wenn die Chancen natürlich immer kleiner werden, weil wie Alex auch zu Recht gesagt hat, die Mannschaften, die da jetzt unterwegs sind, das sind jetzt halt auch irgendwie keine Amateurvereine mehr. Ja, aber wir haben die Spiele noch nicht gespielt und ich habe uns da auch noch nicht komplett abgeschrieben, ja. Also gerade im letzten Jahr, in der letzten Saison haben wir halt auch gezeigt, dass wir, wenn wir richtig wollen und wenn wir richtig einen guten Tag haben, dann können wir auch mit den Großen da irgendwie pinkeln gehen. Also, warum nicht hier auch? Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen, genau. So, jetzt hatte der Marvin vorhin noch etwas angesprochen und es ist schade, dass er jetzt raus ist, aber wir wollten das Thema zumindest noch kurz ansprechen. Und vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns auch nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare, in die Social Media schreiben. Ähm, der Marvin hat doch vorhin gesagt, was wichtig ist, ist, dass es rund um die Eintracht dann jetzt einfach auch so mit Blick auf die Winterpause ruhig bleibt und dass man da einfach solide irgendwie die Sachen, äh, handhabt und da jetzt nicht irgendwie zu viel Stress von außen reinbringt. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt tatsächlich bis zur Winterpause, äh, warten muss, weil zumindestens diese, äh, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt bestätigt ist, nicht bestätigt ist. Ich würde sie jetzt mal als, äh, noch nicht offiziell bestätigte Gerüchtelage, äh, bezeichnen, die da im Raum steht, dass ein Ben Manga die Eintracht verlässt, weil man sich da irgendwie auf Führungsebene nicht so richtig, äh, grün gegeneinander ist. Die sorgt bei mir schon für deutlich mehr Unruhe, ähm, in meinem, in meinem Eintracht, äh, Herz, als wenn jetzt einfach nur irgendein Trainer oder irgendein Spieler geht, weil Ben Manga einfach für mich so der Strippenzieher im Hintergrund ist, der ganz viele von diesen Spielern, über die wir uns hier Woche für Woche freuen, gescoutet hat, zur Eintracht geholt hat, der vor zwei Jahren schon Kontakt aufgenommen hat zu Moani, weil er da was gesehen hat. Und heute sehen wir auf dem Platz, warum er das, äh, hinter dem Spieler so her war. Und wenn der jetzt tatsächlich geht, und wir jetzt wieder auf so ein YouTube-Skyping gehen, was ja auch so eine Gerüchtelage ist, die da ja irgendwie im Raum steht, dass man, dass das ja einer der Streitpunkte unter anderem auch sein könnte, dass, äh, ein Ben Manga sagt, man muss vor Ort sein und sich die Spieler angucken. Und, äh, andere entscheiden da, sagen, naja, wir gucken uns erstmal irgendwie hier Video und Statistiken an und wenn wir eine Shortlist gemacht haben, dann entscheiden wir, wo wir irgendwie hinfahren. Also zwei unterschiedliche Arbeitsweisen, die da aufeinander prallen. Ach, wenn wir jetzt wieder auf so ein YouTube-Scouting zurückgehen, ich, also, ich kriege da so ein bisschen Magenkrummeln. Wie ist denn das mit euch beiden? Also mein Magenkrummelt, äh, ganz gehörig, ähm, kann ich es auch nicht verstehen. Nee, ich bin satt gegessen. Okay, also dann auch richtig. Kann ich es auch nicht verstehen, wie man, äh, wie man ihm da auch am Ende des Tages wirklich reinredet. Ähm, er ist mit dem, mit dem, mit dem Abgang auch von Bobic damals zum Direktor Sport ernannt worden. Ähm, klar kam Krösche nach, aber Manga hat hier im Verein einfach, bewiesen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ähm, was er kann, ein maßgeblicher Baustein des Erfolges, den wir in den letzten Jahren haben, ähm, ist er, weil er eine der, der großen Konstanten auch war über, über all die Jahre. Ähm, der, der das Scouting bei der Eintracht auch auf ein anderes Level gehoben hat, als es, äh, als es war. Und, äh, wir kommen vom YouTube-Scouting. Da sind, äh, auch wenn ich das jetzt mit einem Tränchen im Auge sage, da sind, da sind, äh, Kandidaten bei rausgekommen, wie Kajo. Ähm, und für, für weniger Geld, äh, kriegen wir heute Kandidaten wie Moani. So, also, man sieht da einfach einen krassen Unterschied, ähm, und ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, jemandem so krass in sein Geschäft reinzureden, dass es denjenigen dann auch woanders hinzieht, ähm, obwohl er sich vor kurzem noch langfristig für die Eintracht entschieden hat. Ich glaube, das ist relativ einfach, wie man dazu kommen kann, jemandem da reinzureden. Grösche ist halt einfach per Hierarchie der Vorgesetzte von, äh, Ben Manga. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir auf der Arbeit ist, aber, äh, meine Chefin redet mir auch ab und zu rein. Richtig, aber wenn deine Chefin von deiner Arbeit oder von dem, was du machst, überzeugt ist, dann ist ihr auch sehr geraten, dich an manchen Stellen auch machen zu lassen, ne? Also, ich meine, klar gibt's gewisse Regeln, an die man sich halten muss, aber, ähm, als Vorgesetzter muss man, glaube ich, auch, oder als Vorgesetzter ist man dann gut, wenn man erkennt, wie seine Leute funktionieren und wie sie gut funktionieren. So, und da muss ich auch ein Grösche hinterfragen. Und, also, bei mir ruft es, ruft es großes Magengrummeln hervor, ähm, zumal Grösche, äh, im, im Umfeld der Eintracht nicht, ähm, ja, nicht, äh, wie soll, wie, 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 das ist ein passendes Wort dafür, äh, auch gerne mal in Frage gestellt wird, ne? Ob er, ob er der Richtige ist, ob er zur Eintracht passt, ähm, da hört man an der einen oder anderen Stelle, dass es, äh, dass es nicht der beste Transfer ist, den wir in den letzten Jahren getätigt haben, und dass es jemand ist, der der Eintracht noch wehtun wird. Also, da gibt's den einen oder anderen, der das schon von sich gegeben hat, der der Eintracht deutlich näher steht wie ich. Ich kann's nicht beurteilen, ähm, ich seh das, was die Eintracht möchte, dass ich sehe, ähm, ähm, und das ist, äh, ein ganz tolles Verhältnis von allen miteinander, aber es gab auch schon Gerüchte, die gesagt haben, dass es zwischen Glasner und Grösche kriselt, ähm, dass da nicht alles einwandfrei ist. Wenn Ben Munger jetzt wirklich als einer der Erfolgsgaranten der letzten Jahre das Schiff verlässt, weiß ich nicht, ob das gute Zeichen sind. Hm, ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, äh, ohne jetzt irgendwie besonders, äh, äh, dicke mit Herrn Grösche zu sein, kann man, glaube ich, schon einfach sagen, dass er halt einfach eine andere Philosophie vertritt. Er kommt aus einer anderen Richtung. Ich hab auch von außen her betrachtet sehr das Gefühl, er sieht sehr viele Dinge einfach sehr, sehr wirtschaftlich und, äh, finanzorientiert. Ähm, was jetzt vielleicht auch, wenn man eine, eine langfristige, äh, Planung angeht, nicht unbedingt immer, das Beste ist und ich wäre mir da gerade nicht sicher, wenn jetzt einfach, äh, im laufenden Betrieb jetzt in der Winterpause einer für ein Kamada da irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Millionen auf den Tisch legen will, ähm, was dann da passiert. Ja. Also, so eine gewisse Unsicherheit habe ich da tatsächlich auch. Aber, äh, Dennis, wie siehst du das denn? Was macht das denn so mit dir, diese, diese Gerüchte-Lage, die da im Raum steht? Oh, also erst mal geschockt natürlich. Wäre super bitter, wenn uns, äh, ein wirklich starker, äh, Mann und ich muss wirklich sagen, Ben Manga, ähm, wir haben da viele, viele Freude ja bis jetzt dran gehabt und ihr habt ja die Transfers auch schon angesprochen. Es ist natürlich schade, wenn er nicht mehr so arbeiten kann, wie er das will. Ähm, es ging auch drum, ich hatte das irgendwo in, glaube ich, im Kicker oder sowas, stand das doch jetzt hier, in so einem Online-Artikel die Tage, dass er, ja, jetzt, äh, bei, äh, ist das, was ist das? Watford, glaube ich, ne? Watford. Also, der da als Sportdirektor gehandelt wird, um auch mehr Außenöffentlichkeit, ähm, ja, sozusagen Anerkennung von der Öffentlichkeit auch zu erhalten. Er geht ja doch hier, äh, in Frankfurt eher so ein bisschen, ja, ich nenne es mal im Schatten, äh, er, er ist zwar, hat zwar diesen Posten, aber in der Öffentlichkeits, äh, Wirkung ist er eigentlich überhaupt nicht wahrzunehmen für, für Dritte. Also, wenn du jemanden fragst, der nichts mit Frankfurt zu tun hat und fragst, na, was sind denn so die Personen, die für Frankfurt im Endeffekt tätig sind? Klar, Glasner ist dann immer von dabei, äh, dann kommt hier noch Grösche, äh, dann hört es bei vielen dann schon auf, so ungefähr. Nein, das ist, ähm, es ist ja wirklich natürlich, äh, es sind, es sind, es sind viele, viele Punkte dabei, wo du einfach merkst, ähm, die, die Situation muss für alle Beteiligten gut sein, weil wenn auch ein Ben Munger unzufrieden ist und er scheint extrem unzufrieden sein mit der Gesamtsituation, das muss nicht mal nur mit der Situation sein, dass er nicht mit Grösche klarkommt, weil da haben wir uns natürlich so ein bisschen jetzt drauf eingeschossen, ähm, die Situation ist natürlich, es muss im Gesamtkonstrukt passen, es muss in den, in den Verein passen, wenn es nicht mehr passt, dann müssen wir uns trennen, dann macht das keinen Sinn. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass unter anderem ja, ähm, äh, Ben Munger bei dem, äh, Muanie, äh, Transfer ja sozusagen total federführend war, wohingegen dann bei Transfers wie Götze und Ebimbe das schon absolut Grösche war, nicht mehr, ähm, äh, Ben Munger, äh, und da muss ich natürlich sagen, Ebimbe, Superkel, Götze natürlich auch, aber das ist natürlich nix, wo du sagen musst, da muss jetzt einer Mod scouten und Mod, äh, hier der, der, sag ich mal, äh, äh, Hellseher sein, bei Ebimbe ist das schon wieder was anderes, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt nicht, äh, der absolute, äh, A-Spieler, der jetzt einfach in einem Tief ist und du holst den halt zurück und, äh, dann funktioniert er bei der Eintracht, sondern es ist ja schon eine Entdeckung gewesen, auch wenn er bei Paris und so weiter, aber... Naja, ich wollte gerade sagen, also der hat bei PSG, äh, äh, gespielt, kam da auch zum Einsatz so, also da musst du, da musst du nur ein bisschen bei Sky rumzappen, ne? Und ein Spiel vom FC Nord zu finden, da musst du schon ein bisschen interessierter dran sein. Ist, ist definitiv, Alex, völlig richtig, es ist definitiv, äh, auch, äh, nicht das große Scouting eben, es ist ein anderes, es ist eine andere Dimension und eigentlich haben wir immer die Freude ja dran gehabt, dass wir Spieler hier auf den Tisch geboten bekommen haben, von denen man noch nie irgendwie was gesehen hat, noch nie irgendwas gehört hat und im Endeffekt die, äh, wie richtig, diese Perlentaucher hat ja irgendeiner in seiner, seiner Überschrift damals, ähm, äh, äh, getitelt, da muss man wirklich sagen, das passt schon, das ist im Endeffekt, äh, sowas, wirklich Spieler zu finden und das ist eigentlich schade, wenn das jetzt wirklich verloren gehen würde, äh, da haben wir auch ein Problem, weil, wenn du das andere machen willst, wofür größer steht, nämlich, ja, im Endeffekt, na, ich gehe hier mit meinem Manager-Kumpel mal eintrinken und dann machen wir hier ein paar Verträge und ich bin nur mit den Top-Clubs unterwegs, das musst du dir leisten können, das heißt, du musst immer performen, du musst eine ganz hohe, äh, ja, wie nennt man das denn, Gehaltsschwelle ist der falsche Ausdruck, du brauchst einfach sehr viel Kapital, wohingegen bei den anderen Transfers war es doch oftmals möglich, irgendwie mit ein bisschen, ah, da hast du mal in einen jungen, ganz jungen Spieler investiert, der wurde gut gescoutet und wurde aufgebaut, das darf halt nicht verloren gehen und da habe ich Angst, gerade wenn diese Stelle nicht mehr besetzt werden. Ja, ja, du hast halt dieses Aufbaupotenzial, du hast halt prinzipiell Spieler, wo du einfach mit einem hohen Interesse hast, den du Weiterentwicklung bieten kannst, wo man aber auch, finde ich, sehr viel drauf geguckt hat, wie passen die in die Mannschaft jetzt nicht nur vom Fußballerischen, sondern vielleicht auch neben dem Platz, so wie ich das zumindestens immer wahrgenommen habe, ist das für Manga auch immer ein Thema gewesen, was sind das für Charaktere, also das ist halt schon so ein Thema und was mich halt so ein bisschen an dieser Thematik noch zweifeln lässt, dass das tatsächlich so ist, ist nämlich genau der Punkt, den du gerade eben angesprochen hattest, Dennis, dass da in diesen Berichten drinsteht, dass er in Watford diese Position des Sportvorstands bekommt mit mehr Öffentlichkeitstätigkeit und mehr Sichtbarkeit und zumindestens so wie ich das bisher bei der Eintracht verstanden habe, war er nie derjenige, der jetzt unbedingt irgendwie da in der Öffentlichkeit stehen wollte und nach dem Spiel noch irgendwie das dritte Interview geben, sondern so wie ich das immer verstanden hatte und vielleicht habe ich das tatsächlich auch falsch verstanden, war er eigentlich sehr zufrieden damit, dass er eben nicht diese Rolle hat, sondern im Hintergrund sich sehr auf die Spieler und auf dieses Scouting und dieses Aussuchen konzentrieren kann und am Ende andere Leute vor der Kamera stehen, um da irgendwie Frage und Antwort zu spielen. Von daher wundert es mich tatsächlich, dass das jetzt so dieses große Thema sein soll. Ja, ich glaube, es ist gar nicht dieses in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, darauf kann er gut verzichten, aber er will einfach die Gesamtverantwortung haben, damit ihm das nicht nochmal passiert, was ihm gerade passiert. Also er hat eine Art zu arbeiten, mit der er erfolgreich ist und die möchte er durchziehen. Und wenn er jetzt nochmal als zweites Glied irgendwo anders hingeht, dann kann er das ja wieder nicht. Und jetzt hat er einfach die Position, den kompletten Durchgriff zu haben und alles auch nach seinen Plänen aufzubauen. Also er kann jetzt in der zweiten Liga anfangen, es ist genügend Geld da, also das sind halt ganz andere Voraussetzungen. Er hat da die Chance, sich selbst im Prinzip zu verwirklichen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Herausforderung ist, auch wenn man auf den ersten Blick sich dann fragt, so was, Eintracht spielt Champions League und da in der zweiten Liga jetzt anzufangen. Aber da muss er halt einfach auch nochmal ein bisschen kreativer sein, was die Transfers angeht, weil er eben nicht zu Leuten hingehen kann und sagen kann, hier komm zu uns, wir spielen Champions League, dies, das, pipapo. Nee, er muss halt Leute finden, die Bock haben. Aber er hat das gleiche Geld zur Verfügung. Genau. Er muss aber Leute holen, die Bock haben, irgendwas neu aufzubauen. Und das ist halt so ein bisschen Startup-Mentalität versus Konzern. Da ist was dran, klar. Logisch. Ja, also aus seiner Sicht kann ich das nachvollziehen. Aus meiner Sicht, wie gesagt, macht mir das ein wenig Angst, weil was die Eintracht in den letzten Jahren einfach ausgezeichnet hat. Sorry. Ganz wichtige Frage dazu auch noch ist denn, Hellmann, habt ihr dazu irgendwann eine Stimme von Hellmann irgendwas gehört? Weil man versteht ja... Außer Journalisten habe ich noch gar keine Stimme dazugehört. Weil, ja, stimmt. Also auch die Akteure selbst haben ja bis jetzt auch noch nicht sich dazu geäußert groß. Aber auch im Vorhinein, vor dieser, ich sag jetzt mal, aktuellen Schock-Meldung, sag ich jetzt mal, gab es ja schon öfter diese Artikel auch. Da war auch nie irgendwie ein offizielles Statement von allen der anderen Verantwortlichen. Nee, offizielle Statements gibt es da noch gar keine. Weil oftmals wird ja dann dementiert, auch wenn wirklich gar nichts dran ist, ne? So die Sklage, Dementi, hier gibt es nichts, was wir kommentieren müssten. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, 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 Stand jetzt und so weiter. Ja, ja, wir erinnern uns. Nee, also offizielle Statements gibt es noch keine. Es gibt auch noch, ich habe auch kein offizielles Dementi oder irgendwas gelesen. Weil wir müssen ja auch hier aufpassen, dass hier genau das, was Marvin vorhin sagt, nicht Unruhe unnötig reinkommt. Auch selbst wenn es so ist, dann ist es jetzt leider so. Aber ich wünsche mir, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn die Stelle wegfallen sollte und wenn Manga wirklich uns verlässt, dass sie neu besetzt wird. Und nicht wieder in einem Zeitalter des... Naja, was man da ja so liest, ist ja schon klar, wer dann da diese Rolle übernimmt. Sprich, also was ich in den Artikeln gelesen habe, soll das dann von hier, wie heißt der, Timo Haddung, übernommen werden, den ja Kröscher aus Leipzig, glaube ich, mitgebracht hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der ja aktuell Leiter Lizenzspieler ist. Okay. Ist das so? Ah ja, das hatte ich nicht gelesen. Okay. Also das war in den Beiträgen, die ich dazu gelesen habe, ich habe mir ein paar vorhin dazu angeguckt, stand da ganz klar dieser Name drin. Gut, weil ich, okay, gut, also es wird also einfach keine neue zusätzliche, dann fällt das vielleicht an der Stelle, macht der vielleicht eine Doppelfunktion. Weil das, was ich gelesen hatte, war lediglich, dass die Stelle nicht entsprechend genau diese Stelle neu besetzt wird oder die Eintracht sozusagen Geld spart ja dadurch. Und ich habe noch gedacht, oh Gott, hoffentlich geht es hier nicht um irgendeine Kosteneinsparung, wie ihr gesagt habt. Wir gehen mal zurück zum YouTube-Scouting. Da sparen wir uns ein paar Spesen. Ja gut, das glaube ich jetzt nicht. Also wir müssen ja dazu sagen, die Eintracht hat ja auch gerade den Sponsorenvertrag mit Indeed verlängert für weitere Jahre. Da wird ja auch, offizielle Summen sind nicht bekannt, aber da wird ja auch davon gesprochen, dass wir durch diesen Sponsorenvertrag irgendwas so rund um die 10 Millionen pro Jahr jetzt kassieren. Wir sind jetzt in der Champions League im Achtelfinale und haben dadurch 35, 45 Millionen jetzt irgendwie eingenommen. 45 stehen da jetzt auf dem Zettel oder bekommen wir, wenn wir das Achtelfinale da jetzt noch gespielt haben. Also ich glaube, geldtechnisch für so eine Position ist auf jeden Fall halt irgendwie da. Ich bleibe dabei, das ist dann am Ende des Tages halt so eine Philosophie-Frage. Welche Philosophie für das Scouten von Spielern und das Suchen nach Spielern verfolgt man an dieser Stelle? Und wer passt da halt irgendwie am besten? So. Und dann kann ich das durchaus nachvollziehen oder wäre für mich eine nachvollziehbare Variante, zu sagen, dass ein Kröscher da halt einfach eine gewisse Vorstellung hat, wie das in diesen Fällen gehandhabt werden soll. Und da ist halt jemand im näheren Umfeld, der das schon halt einfach auch kennt aus der Zeit aus Leipzig, der vielleicht auch eine ähnliche Herangehensweise dazu hat. Und dann kann das ja durchaus so die Richtung sein. Stimmt. Schauen wir mal. Nein, aber es ist wirklich, es ist natürlich jetzt eine blöde Situation, weil du eigentlich momentan nichts zu meckern hast, was man vorhin gesagt hat, meine Güte, Eintracht spielt die Saison bis jetzt hervorragend. Du hast überall toll abgeschnitten und dann kriegst du sowas hier wieder zwischen die Beine geknüppelt. Das ist schon extrem unangenehm. Es ist aber ja noch nichts Offizielles. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Aber es wäre wirklich ein bitterer Verlust, meiner Meinung nach zumindest. Dem stimme ich zu. Alleine da jetzt, dass wir da jetzt längere Zeit drüber reden müssen, macht es schon sehr, macht es schon sehr unangenehm. Und am Ende ist zwar noch nichts offiziell bestätigt, aber so ein gewisser Funken an Wahrheit ist ja an so Gerüchten immer irgendwie dran. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist noch nicht zu viel. Ja, es hält sich halt auch schon lange, diese ganze Problematik, was Alex ja auch schon gesagt hat. Man hört es, die, sagt man, die Spatzen pfeifen von den Dächern. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, sagt man, genau. Nein, das ist wirklich was. Genießen wir erstmal das, was wir jetzt haben. Und das heißt, ja, Thema Ben Manga. Ja, genau. Eine geniale. Mit nur Leckerbissen. Eine Woche der Bundesliga mit nur Leckerbissen. Angefangen mit Augsburg, Hoffenheim. Und es wird wirklich eine Krönung am Ende. Wir wundern dieses wunderbare Mahl ab mit der Mainzkirsche auf der Torte. Ja, großartig. Ja, wollen wir, wie gesagt, hoffen, dass am Ende das nicht komplett ins Wasser fällt. Ja, genau. Um hier nochmal auf die Bootstour irgendwie anzusprechen. Jo. Jo. Habt ihr noch Dinge, die ihr hier ansprechen wollt? Nope. Nope. Gut. Ich hatte gute Laune, dann haben wir über Ben Manga gesprochen, jetzt ist alles fertig. Genau, aber wir haben ja jetzt gerade eben nochmal über Hoffenheim und Mainz gesprochen. Da muss doch jetzt deine Laune wieder nach oben gehen, oder? Ich denke immer noch über die Mainzkirsche nach. Ja, wir brauchen ja noch einen Sendungstitel. Vielleicht können wir das ja in Mainzkirche dann nehmen. Ja, aber wir reden ja eigentlich diese Sendung gar nicht über Mainz. Ach, stimmt. Stimmt. Ja, dann müssen wir uns halt gleich nochmal Gedanken machen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier mal langsam den Sack zu und wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt das letzte Heimspiel der Hinrunde. Es ist nach wie vor irgendwie sehr merkwürdig, Mitte November darüber zu sprechen, dass die Hinrunde jetzt dann quasi kurz vor dem Ende steht. Genau, aber wir wünschen euch trotzdem eine angenehme Fußballwochenende Woche. Genießt das morgige Heimspiel gegen die TSG in der Hoffnung, dass wir dort drei Punkte für uns ergattern können. Viel Spaß an allenjenigen, die eine von diesen vielen Karten in Mainz am Sonntag ergattert haben und da sind. Macht es zu einem wunderbaren weiteren Heimspiel in dieser Woche. Vielleicht fallen auch da Punkte raus und dann werden wir das in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise besprechen. Bis dahin, macht's gut! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.